das schützt überflüssig Garage für Transporter Garage für Transporter Garage für Transporter Prozessor Montagebau Prozessor Montagelaufband Prozessor Montagelaufband Haufen Prozessor Nein Ach komm es mir jetzt egal Nein es ist doch nicht Uh sind die teuer Puh ist das ganze teuer Das fällt mir jetzt erst auf Wir brauchen Legierung Wir kommen hier So Lokale Annahme Ein Bearbeiten Ja Also das machen wir erstmal noch aus Weil Wir müssen jetzt das Teil umarbeiten Ich werde hier zwar irgendwo auch noch ein neues aufbauen Am besten Am besten Am besten Hier Ja und hier werde ich das dann auch bearbeiten So erstmal hier das Dreck Was brauchen wir denn Prozessoren Wir brauchen Legierung und Plastik Metalllager kann ich nicht machen das ist mir egal Kunststoff und Plastik Plastik Legierung und Legierung So und das ganze wird dann Weltmarkt beinhalten Importieren 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 Okay So dann wird das noch weiter ausgebaut Eins Zwei Drei So Und das Teil ist jetzt explizit hier für Maga zuständig Und dann wird hier bearbeitet Und zwar wird Das Lager Erstmal nur ein Lager Für Prozessoren Für Prozessoren Und dann Export Prozessoren Okay Sobald hier ein bisschen was importiert wurde Mag ich das Ding wieder an 40 Tonnen Wie viel können die lagern? 20 Tonnen Und zwar 2.000 Gut Plastik kommt rein Legierungen und so weiter Werde ich dann irgendwann anfangen Und Plastik auch Werde ich dann anfangen Hier mit einem Recycling Center zu machen So meine Idee Ich muss importieren mal ein bisschen Bisschen zügiger hier So haben wir das Ding eigentlich voll ausgebaut? Nicht ganz Fehlt halt ein bisschen Kohle gerade Ist aber nicht schlimm Importiere Komm Ich will nur ein bisschen Tonnen Legierung haben Ja Import Import Okay Ja 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 Wir verlieren Geld dadurch Logischerweise Haben wir jetzt endlich Legierung Nehmen wir doch nur Plastik Lokale Plastik Lieferung aus Oder? Ne nicht aus Ich will aber gar kein Plastik gerade Ich will Legierungen haben Leute Das kostet uns halt alles gerade richtig Asche Deswegen werde ich mal hier so einen scheiß Kredit aufnehmen Hör mal auf Plastik einzukaufen Wie sieht es eigentlich hier im Wasser aus? Ja Wasserwerk werde ich dann gleich bauen Strom Kostet halt viel Hast du jetzt endlich Oh Gott Endlich Kann ich dich aufmachen Geht uns jetzt gerade der Strom füten? Ach ne wir kaufen jetzt ein So was hast du für Probleme? Ressourcen erschöpft Kohle Bergweg Ich will gar kein Kohle Elektronik Jawoll Jawoll Stellen sie an einem Tag 4000 Kisten an Prozessoren her Easy Und hier werden die hoffentlich direkt vertickt Bin ich dumm? Ne Prozessoren Export Ok Warum sagt der mir hier Kisten Lieferung Ach Kisten Lieferung Oh bin ich doof 1000 Kisten Prozessoren Hast du mittlerweile schon wieder Warum kaufst du keine Legierung ein? Ich werde hier Wahrscheinlich noch ein Legierungslager machen lassen Ähm Import Legierung Ok Oh Money 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 Alter habe ich jetzt gerade Money gekriegt Money 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 Geil Einfach nur geil Auch wenn die gleich wieder Zeug brauchen Da kommt Legierung an Da kommt Legierung an Alter was da Legierung ankommen Wie geil Wie geil Aber es kostet halt Wenn man hier im Finanzfeld guckt Wow Shit Shit Ich muss jetzt halt noch gucken, dass ich irgendwo so ein Recyclingcenter aufstelle, am besten hier so hoch. Das mache ich doch jetzt auch mal gerade. Wir haben Tag und es ist trotzdem so wenig Strom da. Dann, what? Wann bin ich denn auf so wenig Kohle? Okay, das ist wirklich noch ein bisschen tricky hier mit dem Geld. Das muss ich ja doch sagen. Ach ja, Technikstufe 2. Ich kann ja auch hier mal gerade eine von abreißen. Aber welche? Hier würde ich ganz gerne dieses Recyclingding hinbauen. Oder hier natürlich und danach da rüber laufen lassen. Hier hin. Das sollte ich mal ausbauen, wenn ich weiter einen Schüler haben will. Ist das auch ein Hightech-Ding? Wenn nicht, gehst du nämlich. Nein, du gehst, du bist lauter. Du gehst nicht, ist alles in Ordnung. Ich habe einfach nur zu wenig Simoleons. Fuck. Das sind Transaktionen. Krass. Ich muss es unbedingt schaffen, dass ich hier lokal irgendwas herstelle. Shitty, shit, shit. Lassen wir euch die hier wieder auf normal. Und zwar so wie überall anders auch. Die Reichen und die Armen werden blohnt. Und die anderen in der Mitte werden jetzt ein bisschen ausgedüngt. Das werden die irgendwie beschweren. Nö. Ich bin immer noch hoffentlich auf 75%. Ich müsste einfach nur einmal gerade 75% erreichen. Nur ganz knapp, so ganz kurz. Klick, kurz gemacht. Rebe überqueren die Grenze. Läuft auf Batterien. Was hat denn der Strom? Oh, es geht noch. Was ist mir halt direkt wieder aus der Tasche gezogen, wird das Geld. Krass. Hauptsächlich bin ich in den Legierungen. Die sind halt echt teuer. Was mache ich denn so am Tag damit? Zeige mal hier. Handel. Ne, hier Handel. Also ich mache am Tag damit im Moment noch mies. Miese. Handelzentrale in der Region aktiv oder gewerbedingend. Was habe ich denn hier? Was habe ich denn hier? Ui. Stellen Sie einen technischen Fortschritt. Bereiten Sie sich auf zukünftig viele Roboterherstellungen. Bla 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 bla. Versteigern Sie Ihre Prozessionproduktion und bla bla bla. Ach ja, Wasserprobleme. Ja, ist ja gut. Ich werde es jetzt tun. Dann werde ich mich hier mal kurz anhalten für. Ist ja gut. Einfache Wasserpumpe. Filterpumpe. 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 Ja. Dann eben noch eine einfache Pumpe. Ist mir doch jetzt egal. So, die Elektronikzentrale. Wo würde ich die denn hinstellen? Was bist du denn? Ach, die würde hier vorne hin passen. Dann würde ich die wahrscheinlich einfach nur hier vorne hin ballern. Weißt du what? Wir können uns ja leisten. Hoffe ich. Baaam. Com-what? Produktion zum Bau genehmigt. Computerlager. Kann ich jetzt etwa hier auch Prozessoren anderweitig benutzen? Prozessoren und Montageband. Hab ich jetzt? Für TV-Lager. Kann ich jetzt auch was anderes herstellen? Nicht mehr als Prozessoren her. Ich brauche halt hier so eine Unterhaltungsfabrik. Die Adressen lautet Hackerweg 1337. Genau. Er schießt mich. Wollen wir eigentlich mehr in die Unterhaltungs- oder in die Gewerbeabteilung? Gewerbeabteilung. Ich darf dann dieses Problem lösen. Lokale Genehmigung erteilt. Umschlagsplatz. Wie Prozessoren. Regierungskunststofflager am Umschlagsplatz. Okay. Die will ich beide haben. Was hast du jetzt für ein Problem? Ach, ein bisschen Brand. Was für Chemie? Mhm.